ja hier würde ich bin sie der markus von der pfV ja wir sind heute hier nicht in der welt wird dann wieso warum auch immer das würde ich sagen bei fehlt hat dann wollte ich auch nehmen 2 ab auch geschnitten war ja das sind 20 minuten mal letzte folge dann war die halbe stunde wieder ziemlich äh wollte ich eigentlich nachspielen wieder weil ich bis zur stelle ich bin wo wir waren so ungefähr dann halt dann weiter schauwerte aufnehmen aber schon mal gesagt aber heute nicht und ja hat nur gesagt wir sind heute in minecraft meine minecraft welt das habt ihr schon mal gesehen das habe ich euch schon mal gezeigt und das ist das berg ist doch gekauft high tsc high und die creative mode natürlich natürlich habt ihr ja schon man es gesehen hat ja ein bisschen verändert hier ist das hier glaube ich war noch nicht hier ja ja gesetzt aber das macht jetzt nichts das stellt uns jetzt nicht so viel ja stein gemacht müsste eigentlich jetzt einen namen da stehen aber okay lassen wir mal so gelten das ist claustown zur claustown darstellen ähm ja ja genau gehen wir weiter hier pferd pferd des königs würde ich mal sagen da ein kleines lagerchen ja hier die trocken äh genau ein tor zum schloss würde ich sagen da geht es nochmal auf weg wieso ich das gemacht habe ich habe keine ahnung ich hatte einfach bock sowas zu machen wenn man sieht nochmal hier das schloss von oben habt ihr schon gesehen nö er von in dem soll ich es vielleicht mal zeigen das wäre auch schlechter äh hier ist ja ich glaube ich bin gleich wieder da und weggebe das mit der musik jo so ja es läuft gerade keine musik aber ich glaube ich werde jetzt musikereit spielen wahrscheinlich hätte es jetzt aber ich momentan nicht aber das ist ja ähm ziemlich egal hier ist der s-saal und der beschränkungs-saal würde ich mal sagen da war natürlich früher andere bilder weil ich ein anderes text-speaker hatte drauf hat mich jetzt aber für das entschieden dort waren wir gerade eben genau hier kommen wir zum königs gemahlchen ja da haben wir ein dreierbittchen tubebox das ja und die küste küste nochmal habe ich drei kästen hier naja wain nicht besonderes das hier ist mein wappen mein hauptwappen und ja wir gehen mal weiter aber da oben ist ja nichts besonderes ja hier ist nichts besonderes und da geht es nur zum turm hoch also sie sind nicht besonderes und nü nü nir die ducke nach zur erbaut dieser zu befestigen hier ist ja da kommt einer drin ja wissen wir schon und hier zur kaserne da habe ich nichts ausgefüllt und nicht also alles ja und da unten pennen die Leute zeltaten jetzt zum trainings ding da ist aber nichts besonderes hatte ich viel platz zu viel und so vielleicht baue ich das noch weiter aus mal gucken ja hier noch ein kleiner märkchen so haben wir den äh ja zaubertuch nenne ich den ach servus und ja das sind einfach Bilder die selber da haben wir ein zaubertischchen wir haben ein Bett da haben wir noch ein zaubertischchen mit dinge da haben wir auch irgendwelche konstrukte die ich gemacht habe wie es auch immer und hier lecken Köpfe von allen möglichen und da hängt ein Buch egal wie so auch immer aber naja mal schauen was ich dabei immer gedacht habe hier ist was zum kochen und so man muss auch mal was essen oder zu experimente wisst ihr schon gleich mal runter hier ganz schön zum großen Krug das ist natürlich ich schaffe es geht natürlich nicht immer alle hörs auf genau ahja es macht denn ok du musst da das Buch ok 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 äh fast überall ist dieses Bild ey es geht da haben wir die ja bis jetzt nichts großes ist halt eine Kappellöne hallo da haben wir den Aufgang zur äh zur Mauer da haben wir ein kleines häuschen äh gammelt schon einer ein kleines häuschen mit keiner denke ich mal da und da ging ja auch gleich zu äh schnau wie kann ich mich täuschen ich weiß mich nicht und die ist einfach eine riesige Versammlung und die ist einfach immer da ich zirka irgendwie auch rumgekommen so das ist echt crazy aber ja richtig schwierig äh ja Lava ganz drückt hier Amboss Wasser Mr. Show ja warum hab ich da hä ist voll der Fab hä ok dann weiß ich was hier zu verbessern gibt das nächste mal und da haben wir auch den Schmied hier der grad hier so gammelt ganz genau ich muss das wohl das hier wegtun aber naja das machen wir dann anders da wir hier ein äh Turm zum Hafen da habt ihr glaub ich auch schon gesehen wenn ich mich nicht täusche ach ach machen wir ja natürlich ohne diese Flagge ne ist eigentlich nichts besonderes hier ist eine riesige Versammlung ok ja hier ist so eine ja wie nennt man das nochmal das Ding in der Yarddose und die ist aber nichts ich wusste nicht ich wusste nicht, dass ich das einbauen soll ähm naja hier haben wir ein Lagerchen mit allem dumm und dran und dann haben wir einen Aufgang äh ok achso nöp ja da haben wir so ein ähm Kranchen und dann so ein runterding für das da runterkommt und die Kistchen dann haben wir hier Kisten 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 gestern habe ich auch mal so auf dem Hafen eigentlich bei Filmen oder so viele Sachen stehen da kommen wir zu Hafen die habt ihr auch schon gesehen die die letztens die wir gesehen haben von Ding hat sie auch was eigentlich gesagt Waffenkammer war schon und das hier war ich alles gleiche und hier gibt es ein 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 Fluchtweg der ist voll äh unentdeckt gebaut das wird keiner finden also Leute wenn ihr sowas baut wird keiner finden jeder ist zu blöd das zu finden ach einfach mal so ein Loch in der Wand oh einfach mal so oh ja genau sicherlich und die sind einfach mal Wetzlarm facken genau folgen wir dem mal dam 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 Sack das wird niemand finden Leute wirklich niemand und gar keiner ja und dann geht es eine lange Treppe hoch der 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 ja und jetzt wird es nach und da sind wir draußen schnell weg und dann kann man sich schön hier nö ist doch schön gut jetzt Pizzo noch ich bin in einem Gebiet wo es eigentlich nicht regnet ich weiß gar nicht wie das heißt tropische Gebiet ich weiß nicht da ist wieder das gemäßige Gebiet denke ich mal wie das heißt ich habe keine Ahnung äh naja ja hier haben wir die Farm Kühe äh Kühe Schweine Schafe Weizen und dann ist das nochmal oh 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 ja schuld dann holen wir mal die Hau jetzt haben wir schon was kaputt gemacht ok jetzt haben wir was kaputt jetzt müssen wir aber wieder auf Kartoffeln ah Kartoffeln ok Kartoffeln einfach so ach so ach so ach so ok das ist einfach nur so ein Rundeskreischen das ist dagegen ja da gibt man rein hier denke gute Stube Bauarbeiter Bauern und unsere Familie Wirek hier der Bahnhof von Wirek da ja die kommeln ein bisschen rum naja da wieder meine Wappen da hinten auch wieder sehr viele Wappen hier auch überall in der Burg wenn ihr es gesehen habt das denke ich mal schon ne überall Häuser ist aber nicht besonders häuser ist es nur saulaut und hier und hier ist das äh Rathaus das ist ja sehr laut pf einzelne Dinger hier kam der Bürgermeister ja hier ist ein Goolem ich ähm habe das ja mal gehabt hier ich weiß nicht wo ich hier die her aber ich hab die glaub ich auch mal gebaut aber ich hab es aber auch nicht mehr gewusst und die mögen sich ziemlich gerne und ich weiß ja nicht immer wie mal rum kommen ähm ja Marktbrunnen sonst sind auch nur Häuser die auch nur Häuser Häuser aus 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 und hier ist eine die Kirche und die ist ja groß würde ich sagen und äh kann man schön printig halten in der Kapelle nur etwas größer natürlich immer diese Bücher Seiten natürlich immer schön hier die Kreuz da so der Baum des Bodens habe ich einfach mal genannt weil ich zwar Hobbylos war das könnte ich auch mal zu tun äh weil er aus dem Boden wächst weil er aus dem Boden kommt so ungefähr äh nojo dann haben wir der Gäste zu dem Bierkrögen wenn ich dir mal eingefallen hab keine Ahnung ich hab den einfach mal genommen weil er einfach mal ök war plötzlich der Name wo ich ihn dann gehabt hatte ich hab kleinen Drachen oder so hat er hießen also zum grünen Drachen ah zum Bierkrögen habe ich jetzt mal genannt und hallöchen was hast du denn wieder sein okay und Buch wieder okay nichts besonderes kann er gleich aufschminken dann gehen wir mal geschwind dahinter da ist schon mein Aussichtsturm der nächste der nächste glaub ich oder ne ich glaub der nächste ähm okay jo würde ich was gedacht haben ähm ist einfach nur ein Turm den ich gebaut habe da kann man auch rausgehen da auch rausgehen Lagerchen was ist denn los ey Schlimm hier was ist denn los ja und hier so ein große Ding halt ne dann haben wir hier eine ah wie hab ich das ach fuck jetzt hab ich den Namen vergessen eine eine ein fort ja ein fort vielleicht ah jetzt hab ich den Namen vergessen ah ja ja Schande Schande Gaststätte ja einfach Gaststätte ok oh hier ist keiner hier ist keiner nicht mal ein Ding das hab ich glaub ich nicht fertig gebaut oder so aber hey kein Mensch hier muss ich auch noch mehr nennen hier Schlafplatz und hier die Hauptmann ist auch keine Chance da hinten ist da hinten ist noch ein Gefängnis würde ich mich weiter an ne Waffenkammer genau ich glaub ich nicht gefühlt nicht gefühlt weil ich zu voll war wie immer bin immer zu voll warum ist denn ähm weh so dann gehen wir mal dahinter wir können ja wieder zurückgehen wir sind ja schnell unterwegs viele Oktopusse wir wachen hier Ding hier so hier haben wir ein Lager haben wir noch ein System hier zu tief wenn ich das Tor zu umgehen kann da ist wieder nichts erfüllt ich habe hier zu faulen wie immer das kennt ihr ja schon da bin ich oder ja ich denke schon irgendwas zu essen da Dinger und hier hoppen wir wieder ja ok ja genau einfach ob man gammelt hier ist wieder auch kein Mensch da aber hey so da hinten geht es ja da hinten ah da hinten geht es weiter ich sehe den Turm da hinten auch seht ihr das da hinten was da hochsteigt genau das hier dann seht ihr die Fackeln genau die hier sehr schön ist mir noch eingefallen dann so und das ist auch eine Burg und hier muss man aufpassen wenn man nicht äh da kann man schnell sterben ich glaube da kann man auch schnell sterben und da haben wir hier fallen da sind nicht alle zu sind eigentlich alle Dinge das man ein bisschen verarscht hat und hier ja kann man schön ehlendig sterben außer man rettet sich halt aber in Gamer 2 war es das äh kann man es nicht bauen irgendwas genau aber hier sind die äh Templer oh oh back bug ja hier kann ich schlafen und hier ist wie das Verteilungsding da können hier hoch da da genau da runter und dann wieder dahin ein kleines Ding wieder ja das ist eigentlich nicht so groß besonderes ja jo jo ist so ne Templer Burg äh ja da hinten ist noch was glaube ich irgendwie aber ist zu weit weg glaube ich und wenn da nichts ist dann ist da nichts ich habe alles markiert mit diesen Türmen egal wo ich hingehe also wenn ich über das Meer magie um ein neues Land zu finden bla 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 was für mich geeignet ist geeignet ist blablabla weil ich will eigentlich schon so Regengebieter haben ja ich will auch bald ne ne Winterfestium bauen okay da ist ein bisschen äh buggy like machen wir das und machen wir dort hier wieder da liegt hier jo da bin ich wieder ist äh Minecraft grad abgeschmiert war ja zu erwarten hab ich erwartet war aber nicht so schnell genug die Aufnahme zu beenden hier ist wieder so ein Aussichts-Zomb den kennt ihr auch noch wenn ihr die in einer alten Folge gesehen habt äh ja einfach auch nichts besonderes einfach nur so ein Aussichts-Zomb kann man schon hier gucken und da ist man schon etwas am Horizont und da sieht man auch was das was ich am Anfang gebaut habe und dann missgerut bin achse wieso ich das gebaut habe oder mal stehen lassen habe gehört einfach dazu das passt einfach auch nicht so mit alter Schore wir sind da hinten gehen wir dahinter oder gehen wir wir gehen erstmal da rein ganz gechillt wir haben Zeit ja hier ist eine lange 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 Treppe nach oben äh oh naja ich bin erstmal so schlecht so dann kann ich landen ich bin ja schlecht danke so zack ja hier ist ein Baum das habe ich einfach gelassen weil er einfach chillig ist das ist einfach nichts mit dem Glashaus weil ich das einfach so mal hier aus YOLO chillimini mal gebaut habe mir gibt es einen Weg nach da dann ist man schon hier so riesen Bild Schiffchen oh hab ich noch nicht gesehen oh keiner gesehen was ist das eine Orange irgendwie so keine Ahnung und Turm äh Turm Weg so ich muss das auch machen hier gibt es auch hier eine kleine Farm wie soll ich das gemacht habe ich habe keiner ja ich weiß nicht und der größte Bullshit ist eh das hier wieso das ist so schandighaft das muss ich wegtun wieso ich das gemacht habe das weiß ich nicht hier eine schöne Aussicht zu empfinden hier kann man schon erstmal ausgucken da auch und so bin ich der beste was ich gemacht habe glaube ich wenn noch keiner sich übermietet und da sehen wir schon etwas anderes großes hässliches irgendwas turm mäßiges keine Ahnung ich habe jetzt das gemacht dass man nicht runterfällt mal ein Mensch ja hier ist ein Pferde ne wir chillen ihre Base und da gehen wir mal hin ne das ist das äh geficknis da will ich mal rein ja hier ist eigentlich der Haupteingang das ist natürlich nicht der Haupteingang da müssen wir eigentlich einfach einmal drum herum und da sind wir dann schon beim Eingang da kann man auch reingehen da kann man auch reingehen und so zack 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 so so da geht es hoch da geht es auch nur keine Dusche wie ich das nennen äh ja auch noch Gefängnisse die werden immer größer da zwei zwei glaube ich waren es ja zwei waren es zwei große zwei große Zimmer joh ziemlich groß na halt hoch hier das Zentrum von der Wache die Gummeln chillen ihre Base da haben ein schönes Leben auch keine Sorgen haben alles passt alles dann hier haben wir Turme fast jedes Gefängnis hier schon äh jetzt muss ich doch da hoch sonst geht ein hm hm so mein Bild ja das gefällt mir nicht ja genau das beim Turme eigentlich genau das gleiche ach du da ist jetzt nichts besonderes was ihr sehen müsst ja hier Grenze wo ich lang gehe äh auf der Welt werden wir auch unser live stream mein großes Projekt machen was wir live stream werden da werden wir was großes bauen es dauert ein bisschen Hilfe könnte ich gebrauchen natürlich das habe ich natürlich alles alleine gebaut was ich euch zeige natürlich mit creative mode kein world edit sondern alles allein mit der Faust von Minecraft habe ich das gebaut ja hier sieht man einen Weg eine Höhle da geht ein Weg durch voll geil fand ich ja auch ein Weg es sind lauter Kühe ich weiß nicht warum aber naja ist halt so ja ich weiß gar nicht nicht mehr töten vielleicht wenn ich hier mal arbeite und hier mal was reinbaue hier ist aber wirklich nichts echt gar nichts außer Türmeangänge das Tor und das hier diese Mistgeburt alles so ein richtiger Mist und ja da kann sie halt schlafen die Leute voll fail wahrscheinlich kackt es ja gleich wieder ab ich weile da auch bis Minecraft wieder abkackt das kann ich mir gut vorstellen ja dann haben wir das alles schon hier ja ich denke schon gehen wir mal zurück zur Brückchen zum Aussichtsturm da hinten wenn es der richtige Weg ist ja 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 doch richtiger Weg richtiger Weg richtiger Weg richtiger Weg da ist der Leuchtturm äh Leuchtturm genau der Aussichtsturm das hier schon eine weitere Brücke meines Reiches gehts weiter und wir laufen jetzt einfach drüber das ist eine Brücke ich weiß leck's gleich und ich sage bis sonst weg wieder war es eh wieder abstürzt jo jo Leute ist nicht abgestürzt aber naja hier jetzt halber ja dann sehen wir schon die nächste Burg der langer Weg Kreuzritter mit Templer Wappen wie ich das nenne Kreuzritter Wappen ja Kreuzritter Templer kann man nennen wie man will fertig jo ne irgendwie zur Templer Burg oder fest und es ist nichts so allzu Großes Slob festingungen hier in der Mitte schlaf sal alles kipps flet fehlmeinbrecher wie Sau ja hier ist einfach nichts besonderes da hoch gehts zur Burg Feuer und Türme sind wir auch nicht hier ist aber nichts großes besonderes von da halt von da hinten waren wir gerade eben da hier runter und da sind wir wieder ein Hafen sieht finde ich schön aus wie der mein anderer Hafen aber ich habe so Tage ich habe so manche Sachen wo ich sage jo beim nächsten Mal mache ich es auch immer besser war schön da und dann hab ich gelust es zu verbessern würde ich sagen so ungefähr dann haben wir die Hafenbehörde Informationen kein Schwein da wie es auch immer ich habe da eigentlich einen reingetan aber nö hier ist was ist das nein ok hier ist einfach nur so ein Hafen irgendwas Hafenlager ja so ein Lager wieder halt runter ja muss ich noch beschriften habe ich wohl vergessen hier wieder so ein Kran hier Ding oh das muss ich noch hier umändern das war das war das war das war das war anders das war nicht so die Ranken dran hier nochmal raus da gibt es noch einen Weg hier hoch da hinten ist die Schmiede die ist schon mal fast abgebrannt wie es auch immer obwohl ich es genauso gebaut habe genau so habe ich es gebaut und hier immer noch das Hühnchen ich ohne Scheiß ich habe ein Hühnchen getötet dann war das immer noch da eins das ist crazy Schmiede ja ist jetzt nichts großes bedeutendes hier ist einfach nichts und hier berühren verboten von SA ist so kam bei uns wisst ihr schon also nicht berühren Leute so wisst ihr oh das muss ich auch noch mal ändern die äh Dinger der habe ich schon bei drei Häusern verbessert das war schon äh vier Häusern ja die muss ich auch verbessern sonst passt das eigentlich so dann haben wir hier was haben wir hier wir haben hier einen Brunnen haben wir hier zwei Wohnhäuser kann man von innen von außen reinschauen ist sind halt Wohlhäuser dann hier geht zum verschenken den Drachen äh warum schenke wenn ich eine Gaststätte keine Ahnung wie gesagt ich ändere das immer spontan wie das mir gerade einfällt und hier auch ich sitze richtig scheiße da scheiße hätte ich schon brennen nur hätte er wahrscheinlich hier auch ein Wohnhäuschen und hier geht es zur Hauptzentrale der Tempel da hier kann man hier besprechen und essen hier kann man ein bisschen chillen alle die gehabt hier kann man hochgehen hier sind ja Waffe und so das ist aber auch doch das ist wirklich was drin Alter ich hab mir die Mühe gemacht um da was dran zu tun das ist der die 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 schlauern ja das geht schon ist jetzt kein Wunder wer gerade wunderschön ist aber das reicht ja der Turm war gar nicht da oben ja das ist einfach so ein Stroh und da ist jemand ein Fehler aber hiiiih wieso mein Kampf das weiß ich kann da geht's auch weiter kein Ding hier geht's äh geile Treppe ich finde die Richtigkeit ist so ein Templer der Treppe in die Faske nicht zu tun Schuhe finde ich ich hab die einfach gebaut er ist es wurde einfach so eine so eine Treppe das wollte ich nicht nur so eine kleine Ding und fertig war es aber da wurde sowas wie so eine Pyramide also Leute ich wüsste wie man jetzt wisst ihr wie man eine Pyramide baut einfach wenn ich nicht wüsste dann haben wir so den Fischer den Fischer den habe ich noch nicht benannt äh ja äh ja was naja bin ich zu logisch hätte mich auch gewundert ich bin auch hier zur ja Kirche, Kapelle wie auch immer ich musste dann so ein Ding machen weil äh hab ich auch hier was einfach nicht aufgegangen ist dann wollte ich es nicht verbessern äh hier richtige Missgeburten äh Stühle da auch richtig pink kreuzchen kreuzchen in rot Farbe der Liebe ja war schon genau ja das war es eigentlich also ich hab noch eine andere Burg aber bis ich die finde nur durch ewig ich müsste die ganze Zeit dicken aber wenn ich einmal den falschen Weg einschlage ja dauert halt tch dauert halt äh ich will ja jetzt nicht so lange machen ist ja keine Ballyfield Folge äh nächstes Mal Nostra kommt wieder Wurm und dann am nächsten Dienstag Ballyfield und Wurm ja da bin ich dann nicht mehr da Prozent ab dem vierten bis zum achten er hat gesagt äh ich mich weiter erinnere bin ich nicht da da bin ich auf Abschlussfahrt in meiner Klicke das habe ich ziemlich scheißiger kann auch ziemlich scheißiger sein äh wo der Mond da wunderschöner Mond mit dem grünen Abschluss Sonne haben wir jetzt haben wir Mond ist doch wunderschön hab ich etwas vergessen hab ich etwas vergessen äh solltet ihr noch nicht sehen äh nö hab ich ich hab jetzt vergessen ne nicht dass ich wüsste wenn dann füge ich die ja nur ein aber ich glaube nicht wenn ich sage ich sage jetzt mal zu einer weiteren Folge von Minecraft Plansat und Ballyfield 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 und ich sage dann bis dann und tschau bis dann 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 Vielen Dank.